Ihr Urlaub ist unsere Leidenschaft. Herzlich Willkommen beim Reiseland Motis Obervogtland in Rodewisch. Genießen Sie auf unvergesslichen Reisen die schönste Zeit des Jahres. Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Urlaubsträume zu verwirklichen. Ob Fernreise, Familienurlaub, Kreuzfahrt oder Städtetrip, wir sind der persönliche Ansprechpartner für alle Weltentdecker. Wir können auf eine Vielzahl an Angeboten namhafter Reiseanbieter zurückgreifen, aus der wir das passende Angebot für Ihre Wünsche heraussuchen. Vertrauen Sie unserer Kompetenz. Unser individueller Service und unser Know-how haben schon mehrere Expertenqualifizierungen erhalten. Vereinbaren Sie gleich einen Beratungstermin. Wir freuen uns darauf, Ihnen Ihren Traumurlaub zu gestalten.